Der Iran hat angekündigt, die Anreicherung von Uran auszuweiten. Der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Salih, sagte im Staatsfernsehen, die Produktion werde sobald wie möglich einen Reinheitsgrad von bis zu 20 Prozent erreichen. Damit wäre die im Atomabkommen von 2015 festgelegte Schwelle deutlich überschritten. Das Abkommen soll sicherstellen, dass der Iran nicht die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe erlangt. Nachdem US-Präsident Trump die Vereinbarung einseitig aufgekündigt hatte, sieht sich auch Teheran nicht mehr daran gebunden.